Herzlich willkommen zu meiner Europa-Universal-S4-Kampagne mit den Skandinaviern. Für alle, die beim letzten Mal, oder beziehungsweise den letzten Teil nicht gesehen haben, wir befinden uns mal wieder im Krieg, und zwar gegen den Livonischen Orden, gegen Portugal und gegen Russland. Das ist ein Verteidigungskrieg, und zwar der Livonische Orden hat uns angegriffen, weil er irgendwie Überlegenheit demonstrieren will. Ich habe mir auch, beziehungsweise Hauptproblematik ist immer mehr ein folgende, ich habe meinen großen Kernarmee-Anteil hier in Serbien, weil ich vor kurzem noch einen Konflikt mit denen hatte, und den müssen wir jetzt als erstes mal in die nördliche Gefilde schicken, und zwar nach Marienburg, um dort eine große schlagkräftige Armee aufzustellen. Ich habe mir mal ein bisschen die Situation vorher angesehen, und zwar habe ich entdeckt, dass Russland vor kurzem noch einen Krieg geführt hat, und zwar gegen Oman und verschiedene andere Staaten vom Mittleren Osten, und ich hoffe jetzt im Moment, dass der große Teil der russischen Armee vielleicht sich irgendwo in dem Bereich hier unten noch befindet, und folglich ich einen gewissen Zeitvorsprung habe, um eine Armee hier zu sammeln, weil die Strecke von hier unten bis nach oben, ich weiß nicht wie viele Spielmonate das sind, aber das dauert ja dann doch schon eine gewisse Zeit. Und da erhoffe ich mir einfach, dass ich im frühen Anfangsstadium des Kriegs einen gewissen Zeitvorteil habe. Wie schaut es hier drüben aus? Da wird überwiegend mit Portugal oder gegen Portugal gekämpft. Da habe ich auch zwei Armeen hier vor Ort. Die eine werde ich jetzt gleich mal hier hochschicken, und die andere schicke ich jetzt gleich mal nach Kree. Da mache ich mir aber weniger Sorgen, weil ich habe hier noch die dänische Ostküste mit einer 43.000-Mann-Armee, und die, wie ihr seht, marschiert die gerade, und ich vermute, dass die irgendwo hier in dem Bereich angreifen wird. Also hier eher unproblematisch, während ich in Europa, im Baltikum, das Problem habe, dass ich halt den Russen vor der Haustüre habe, und der wartet wahrscheinlich nur auf uns. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich jetzt neben meiner Kernarmee, die hier unten ist, noch zusätzlich eine Söldnerarmee aufstelle, beziehungsweise Söldner. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich die hier oben stationieren soll, als Absicherung von Neva, oder ob ich die hier unten aufstellen werde. So, als erstes machen wir mal ein bisschen Kriegsteiger, das haben wir ja noch nicht gemacht. Also Mainpower-mäßig bin ich ein bisschen im Keller. Äh, ja genau. Weil der lange Konflikt gegen Serbien und gegen die Ottomanen hatte ich vorher noch gekämpft. Der hat mir doch schon einiges an Mainpower gekostet, deswegen... Ich denke, ich wäre lieber in dem Bereich die Söldnerarmee aufstellen. Und dann warten wir jetzt erst mal ab. Also das Hauptproblem ist halt, dass ich aus dem Krieg, egal wie er ausgeht, mit einem Haufen Schulden rausgehen werde, weil ich muss auf Söldner zurückgreifen. Weil gegen die russische Armee habe ich doch geringere Chancen bestehen zu können. Ja, Ingerland wird schon angegriffen. Ich hoffe, dass ich schnell genug meine Armeen hier zusammenführen kann, weil ich möchte auf jeden Fall gegen die livonische Armee ziehen und die gleich mal vernichten schlagen. Das wäre natürlich ein guter Schachzug von mir, weil dann hätte ich schon mal so einen großen Pulkarmeen weniger. Und könnte mich dann wahrscheinlich auch voll auf Russland konzentrieren. Ja, das hätten die mal früher tun sollen. Was war der Aragon war? Ach, mit Russland. Ich habe gedacht, gegen Russland sind die im Bündnis eingetreten. So, jetzt gucken wir mal, was wir da zusammen haben. Also, das ist jetzt noch... Ungarische Hilfstruppen sind da jetzt noch dabei. Das ist natürlich jetzt Schürzenanführer mäßig aus. Einen König habe ich zur Zeit keinen. Er wäre zur Zeit regiert von einem Regentschaftsrat. Der Nachfolger ist erst sieben Jahre alt. Ja, jetzt ist halt die große Grätchenfrage. Wir mussten jetzt erst mal hier hoch. Ja, das ist natürlich nichts, wenn die Ungarn noch nicht mitmachen. Ja, das ist natürlich nichts, wenn die Ungarn noch nicht mitmachen. Das ist doch Mist. Die kommen hier nicht raus und die haben eine gute Armee. Scheiße. Die Armee ist jetzt vor Ort. Jetzt müssen wir genau die Lage peilen. 11.000 Kanonen. Wir haben auch fast 11.000 Kanonen. So gut wie keine Reiterei. Fusk, Volk und Reiterei. Also, Reiterei bin ich in der Übermacht. Militärisch gesehen... 18 Stufe. Sind die, glaube ich, gleich wie ich. Ja. Ich bin auch auf 18. Also, wenn wir keine Vorteile ziehen. Ich muss das Risiko eingehen, dass hier meine ganze Armee verloren geht. Oh, nein, da kommt die russische Armee. Mist. Rückzug. Mist. Äh, genau im falschen Moment ist die aufgetaucht. Ich könnte schreien. Ja, das war jetzt echt denkbar ungünstig. Wo kommt denn die jetzt plötzlich her? Das kann doch nicht... Also, ich glaube jetzt nicht, dass die von da ganz da unten hier hochmarschiert ist in der Kürze der Zeit. Ich nehme an, dass hier in dem Bereich vielleicht irgendwas stationiert war. So ein Mist, ey. Ja, jetzt schaut's natürlich ganz bitter aus, weil die Taktik, die ich hier eigentlich vorhatte, die schlägt jetzt schon mal grundsätzlich fehl. Also, die schnelle Vernichtung der Livonischen Armee. Jetzt müssen wir da anders vorgehen. Jetzt müssen wir als erstes mal Nava besetzen. Die müssen sich hier erholen. Ja. Die kann ich zusammenlegen. Weil erholen nun die sich sowieso nix mehr. Weil ich ja viel zu wenig Manpower hab. Dann werden wir die jetzt weiter mit Zölten aufstocken. Was haben wir denn hier? 6000 Kanonen. Eins, zwei, drei, zwei, drei. Ja, das ist natürlich jetzt. Ja, und ich marschiere hier nur mit der Hälfte der Armee hier hoch. Das kann man auch vergessen. Brauch ich gar nicht machen. Weil die Ungarn stehen geblieben sind. Die wollen lieber Memelland erobern. Das ist halt... Ja. Und die erste Garnison ist schon erobert. Das ist halt typisch KI. Also das muss dringend geändert werden. Dass man, wenn man schon der oberfachen Luxführer ist, dass man da auch wirklich sagen kann, so jetzt zum Beispiel die ungarische Armee, die zieht jetzt mit meiner mit. Weil das ist echt... Das ist Mist. Gut, wir haben jetzt hier Geländegewinne, aber das bringt mir alles nix, weil das bringt nicht viel an Siegpunkten oder Siegprozente. Ja, pfff. So würde ich umgehen. Das nervt echt. Jetzt haben wir ja noch Rebellen. Vor Ort. Religion in Marienburg ist katholisch. Jetzt haben wir ja noch Unruhen. Nein, ja, ja, ja. Jetzt kommt ja alles zusammen. So, jetzt gucken wir erst, wo's hier los ist. Diplomatik. Und sie sollt nicht erhöhen, habe ich nichts zum Freischalten. Und sie... Oh, das. Ja, ich hab's in den früheren Teilen gesagt, normalerweise lasse ich solche... Solche Regionen in Ruhe, wenn ich im Krieg mich mit anderen Regionen befinde, aber ich brauche halt einen Zugang zu den livonischen... Ähm, zu den livonischen Gebieten. Ja, ähm... Die einzigste Möglichkeit ist, einen schnellen Frieden auszuhandeln. Hm, hm, hm. Was heißt denn Überlegenheit demonstrieren? Ich geb keine Provinzen ab, das können wir vergessen. Auslöschung der Kestzahrein. Was heißt denn das? Ich probier's. An das hab ich mir beinahe schon gedacht. Ja, hier drüben haben wir natürlich Geländegewinne und Masse, aber das bringt uns alles nichts. Ich kann nicht direkt mit denen verhandeln. Also, was Sal ist, mit Portugal kann ich auch nicht, weil der livonische Atem-Diplomatie übermacht hat. Mit denen könnte ich verhandeln, aber die... Das wollen die auch nicht. Also... Ja, hm. Weiter auf Schulden bauen wahrscheinlich. Ähm, Kanonen, 8000 Kanonen. Eins, zwei, drei. Ja, ich muss jetzt eine Söldermähe aufstellen. Ich werde jetzt massive Geländeverluste haben. Das ist natürlich riesiger Mist. Wo ist denn jetzt die livonische Armee hingegangen? Weil die plötzlich von der Bildfläche hier verschwunden ist. Ach, da ist er. Das war meine Armee, die ich eigentlich versucht habe aufzustellen. Die wird jetzt komplett zurückgedrängt. So, ich zяли. So, ich bin einhrage. Okay. So, ich war ein bisschen ... Okay. So, ich Nearly Mr. Heftmann blockiert. Gut, die böhmische Armee ist jetzt hier gelandet. Aus irgendwelchen Gründen kommen die jetzt hier rüber. Da gegen Bauer hin und kämpfen. Komme ich hier von weg? Was haben die eigentlich? Die befinden sich auch im Krieg gegen Russland. Das ist ja interessant. Das muss aber jetzt erst gerade passiert sein, oder? Gegen den Kamenwelf. Das ist sehr interessant und das ist ein sehr schöner Vorteil für mich. Wendet sich das Blatt? Kann das vielleicht sein? Das wäre natürlich schön. Woher holten ihr denn hin? Holstein, oder was? Na klar kriegt ihr einen Zugang. Das gebe ich euch Wunder. Das gebe ich euch sehr gerne sogar. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt. Können die zu Polen? Ja. Und die Hansekatze und Würzburg? Ah, ein Traum. Ein Traum geht in Erfüllung. Also, es kann sein, dass es sich doch nochmal zum Positiven das Ganze hier wendet. Aber jetzt können wir zumindest schon mal dieses verlorene Gebiet hier zurückerobern. Äh. Kriegs? Hanse? Hallo? Seid ihr nicht im Krieg gegen die Russen? Nö. Natürlich nicht. Ja, ihr kriegt auch eine Durchgangserlaubnis. So, jetzt legen wir erstmal die Regimenter zusammen. Ähm. Da oben ist noch die 43.000 Mann Armee. Die lasse ich jetzt erstmal unberührt, weil habe ich sowieso keinen, nichts entgegenzusetzen. Halt, da wollte ich hin. So, lass ich das alles über eine Provinz laufen. Weiß ich nicht. Ähm. Eins, zwei, drei. Was war es da noch schon? Es wäre halt schön, wenn ich da aus dem ganzen Scharmützel keine Kredite aufnehmen müsste. Aber ich vermute, dass es nicht so einfach sein wird. Im Moment versuche ich es noch zu vermeiden. So. Und jetzt wäre es natürlich ganz schön, wenn der Kamenwolf gleich mir die 42.000 Mann Armee da wegräumen würde. Und die Böhmen sind jetzt mittlerweile auch in Russland. Oha, das ist ein Traum, ey. Also, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir nochmal so viel Rückenwind kriegen. Mit unserer Koalition, mit unserem Krieg. Sehr schön. So. Ähm. Die geht da hin. Die Schlacht von Riga ist vorbei. Was ist denn da passiert? Flotte vernichtet oder was? Wahrscheinlich. So, dann haben wir noch frei. Dann gehen wir hier nach Ostpreußen. Ja, ihr müsst jetzt mal schauen, dass ihr die wegräumt. Und mit der Sonne Armee würde ich gleich hinterher springen. Das ist immer das Gleiche. Das ist schlimm mit der KI. So, ich muss jetzt dann mal langsam gucken, dass ihr hier die restlichen russischen Armee-Teile auf Seite räumt. Jetzt muss ich mal gucken, was sind die Technologiemäßig sind sie im Vorteil. So, dann gehen wir als erstes mal nach Finnland. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir langsam... Wenn ihr die Oberhand kriegen, die Oberhand sei jetzt schon. So, dann werden wir als erstes mal unsere Gebete hier zurückerobern. Wisst ihr, eigentlich, was für ein großer Stein, der vom Herzen gefallen ist? Nachdem... Ah, das wollen sie nicht zu früh fallen. Was habe ich denn da im Gepäck? Böhm sind noch dabei. Wir probieren's. Wir probieren's. Okay, das ist in Ordnung. Ähm, was haben wir denn noch da? Komm wir da hin? Nein, da komm ich nicht hin. Komm ich... Hier komm ich aber hin. Vielleicht klappt's. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir die vertreiben können. Schaut nicht einfach aus. Schade, 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 schade. Das wär's jetzt gewesen. Das ist echt ein Problem noch. Die Armee ist noch zu stark für ihn. Besetzt durch Ungarn, ja, soll man recht sein. Ähm... Wir geh jetzt mal gegen Riga vor. Boah, die haben uns abgefangen. Die Russen. Ist natürlich nicht so schön. Die sind immer noch so stark. Wo kommen jetzt... Wo sind... Ja, wenn die böhmische Armee hier hinten wartet, dann wird das nie was. Unglaublich. Echt. Okay, die Kamenwelf greift wieder an. Wird aber auch nix, wie das ausschaut. Ja. Kriegen die nicht weg. Hm. Ähm... Gibt's da irgendwas? Ähm... Toleranz ist glaub. Was? Quantitätsideen. Modifikate. Soldatenzahl wäre natürlich nicht schlecht. Ähm... Wie schaut's denn hier aus? Ne, machen wir erst mal die nächste Stufe. Militärisch. Dann gucken wir mal weiter. Ja, dann wäre ich mal hier weitere... Soldaten rekrutieren. So, ich möchte jetzt eigentlich versuchen... Vielleicht geht es... Dass man vielleicht mal irgendwie gemeinsam vorgeht, aber... Der zieht jetzt sicher zu... So, ich geh jetzt da hin und dann geht er wahrscheinlich wieder anders hin. Was ist denn das für ein Quatsch? Und dann gehen wir wieder hoch. Also hier kommt die Vatikanische Armee. Aber ob die unbedingt diese hier besiegt, das weiß ich nicht. Okay, das gehört auch uns. Haben wir hier noch irgendwas, was... Was rot ist. Da unten komme ich aber nicht hin so schnell. Und außerdem müsste ich da über die See fahren. Und die See ist ein bisschen gefährlich, weil die Portugies sind recht große Flotte, wie ihr vorhin gesehen habt. Aber das war's eigentlich hier oben. Es wäre halt schön, wenn wir einen separat Frieden mit denen schließen könnten. Können wir aber nicht. Ähm... Ja, hm. Die liegt mir immer noch quer da oben. Moment, schaut's auch wieder so aus, als hätten die die Oberhand wieder. Und hier ist gerade eine portugiesische Armee gelandet, hab ich gerade gesehen. In Holstein. Das darf man nicht zulassen. Sonst haben sie uns gleich alle an jeder Front am Wickel. Ja, jetzt gehen sie wieder mit der Unterzahl gegen die vor. Also, das wäre doch sowieso schon wieder nix. Was haben wir denn da? Ja. Ja. Die Armee geht nicht mit. Dann müssen wir halt doch da runter marschieren. Müssen wir die da unten vernichten. Also, kurzfristig sah's ja ganz gut für mich aus, aber jetzt ist es halt wieder... Ah, sie wird zurückgeschlagen. Fangen die jetzt das Erobern an? Jetzt sag bloß, ich hab nicht immer gegen die Portugiesen ne Chance. Ich hab nicht immer gegen die Portugiesen ne Chance, das gibt's auch gar net. Interesse. Oh Gott. So. Was ging da uns jetzt verloren? Kanonen, passt noch alles rein oder ein Fußvolk, glaube ich. Was hat ein Protokoll für eine... Boah, die sind schon auf 20. Ja, das sind die ganzen Kolonien, die bringen einen Haufen Geld ran und mit einem Haufen Geld können sie ihr Gebäude schön aufrüsten und ihr ordentliche Berater kaufen. Wo rennt denn der eigentlich rum? Na gut. Kein Anführer. So, wie schaut's denn jetzt hier aus? Ja, die Portugiesen muss ich irgendwie hier wegkriegen, das... Jetzt muss ich mir hier oben auch noch Kanonen bauen, ne? Gefällt mir gar nicht. Aber die Armee... Die ist zu schwachbrüstig, da komme ich nicht. Äh, apropos Militärzugang. Ach, ich krieg keinen, aber ich hab den angegeben. Ganz witzig. Ja, hm. Das schmeißen wir raus, das schmeißen wir raus. Kriegsbegeisterung müssen wir mal minimieren, sonst wäre das natürlich auch katastrophaler. Ja, hm. Das ist mal besetzt in Gebiete zurückgeworden, oder? Es läuft nicht gut im Moment. So, was können wir denn hier machen? Machen wir auf jeden Fall. Ach, hier habe ich immer noch den Flottenauftrag. Den habe ich beinahe schon vergessen, aber da bin ich noch welten davon entfernt. So. 1, 2, 3. Also wichtig ist halt, dass die... Ja, wenn sich da hin, ist mir wurscht. Jetzt gucken wir doch mal, ob er nicht schon... Kriegsbegeisterung liegt bei minus neun. Äh, was wollte ich hingucken? Das Problem ist, ich krieg halt nix. Weißen Frieden würden... Ne, Weißen Frieden machen wir jetzt nicht. Ich hab so lange rumgequält mit euch, ich möchte jetzt mal ein bisschen was haben. Ne. Ihr kostet... Vernichtet meine komplette... ... meine komplette Basisarmee... ... und jetzt weißen Frieden. Ne, 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 ne... ... und wenn die Portugiesen da unten noch so viel erobern, ist mir wurscht. Könnte jetzt vergessen. Portugiesen werde ich nämlich jetzt erst mal hier was schönes aufbauen. Ne, ist wurscht. Äh, es zieht sich ein bisschen... ... da kommen schon wieder die Russen an. Ich möchte mal wissen, wo sie die ganzen Truppenteile immer her haben. Oh, da treibt sich eigentlich der Böhme jetzt rum. So, der steht hier. Der Böhme... Tja, ähm... Ich tritt gar nix ab. Ähm... ... vor kurzem stand hier noch ne Armee, wo ist denn die hin? Was ist denn jetzt passiert? Wer hat mit wem Frieden geschlossen? Ach, die Ungarn sind ausgetreten aus dem Krieg. Sauber. ... 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 Achttausend Kanonen. Was hab ich hier? 2000. Das wird nicht besser hier mit dem Konflikt. Ja, das ist halt das Problem, weil ich zu gierig war. Ich hätt vielleicht doch Waisenfrieden annehmen sollen. Aber ich war mir so sicher, dass die das Ruder nicht mehr rumreißen können. Offensive erhöhen. Stabilität steigern. Aber da hab ich mich dann verkalkuliert. Schade eigentlich. Ja. Und jetzt ist schon wieder hier so portugiesische Armada hier vor Ort. So, Waisenfrieden. Ähm, im Endeffekt war es eigentlich das Beste, was ich jetzt noch machen konnte. Ähm, meine Mannstärke ist im Keller. Ich hab zwar hier Geländegebinne verzeichnet, das bringt mir bloß nix. Weil ich ja, ähm... Weil ich keine direkten Frieden oder beziehungsweise Verträgen mit den Portugiesen hätte schließen können. Ähm, was schön war ist, oder wo ich verdammt mäßiges, verdammtes Glück gehabt hab, ist halt gewesen, dass der Kamenwölf mit seinen Verbündeten in den Krieg beigetreten ist gegen Russland. Und das hat mir mehr oder weniger den Allerwertesten gerettet, weil das war ja alles hier spitz auf Knopf. Und zwischenzeitlich hatte ich zwar mal wieder das Gefühl, ich krieg wieder die Oberhand zurück, aber nachdem da hier die portugiesische Armee hier gelandet ist und hier ständig eine... Die 66er-Flotte hier patrouilliert ist, war das natürlich dann alles schon wieder im Wanken. Ähm, wie geht's weiter? Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Armee wieder neu formieren müssen. Werd' ja auch, ähm, ähm, von Monat zu Monat wahrscheinlich dann auch die Söldenarmee verringern. Aber das geht halt natürlich erst dann, wenn ich dann wieder eine schlagkräftige Basisarmee mehr oder weniger hab. Jo, und wenn's weitergeht, melde ich mich wieder mit einem neuen Screencast. So, dann bis bald, macht's gut, Servus, Tschüss!